Hallo und herzlich willkommen im tiefen Winter. Es ist so herrlich, wenn die Pfanne da durchscheinen und die Bäume und Sträucher überall diese Eiskristalle drauf haben. Es hat angenehme Minus 8 Grad, glaube ich. Es ist angenehm, weil vor zwei Tagen waren es Minus 27. Das war schon um einiges heftiger. Da bin ich lieber zu Hause geblieben. Aber es hat ziemlich viel geschneit vor einer Woche. Darum bin ich jetzt auch mit Schnee schon unterwegs, weil ansonsten würde ich da viel zu stark einsenken. Und ich habe noch eine Pulka mit dabei, weil ich ein paar schwere Lasten dabei habe. Also ein bisschen Feuerholz und noch andere Dinge. Und das ist ganz angenehm, weil man das einfach hinter sich herziehen kann. Und ich sehe schon, auch das Zelt sieht aus wie ein Zuckerguss-Kunstwerk. Soll ich schon einmal um die Kurve kommen. Oh wow, das ist ziemlich hart. So schauen wir mal, dass wir uns hier entwirren. Also mit Schneeschuhen vorwärts gehen funktioniert. Nur rückwärts gehen oder sich seitlich positionieren ist ein bisschen trickreich. Ich werde mir jetzt gleich erst einmal die Schuhe umziehen. Das sind zwar auch Winterstiefel, aber die sind oben nicht so stark isoliert wie von unten. Also wenn man am Schnee steht, dann geht es. Nur sobald man in tiefen Schnee reinsteigt und das Schnee auch von oben drauf hält, dann werden die mit der Zeit ein bisschen kalt. Deswegen habe ich meine ordentlichen Winterschuhe mitgebracht. Die sind nachvoll ein bisschen größer und die haben mich bis jetzt immer gut warm gehalten. Einmal einen guten Größenvergleich. Das ist beide Schuhgröße 45. Nicht umkippen. Jetzt die Frage, warum habe ich die nicht von Anfang an schon angehabt? Die einfache Antwort ist, sie sind zu groß für die Schneeschuhe. Also mit diesen Schuhen kann ich nicht mehr in die Bindung reinsteigen bzw. die Bindung schließen. Wir sind einfach zu klobig dafür. Vielleicht drücken wir noch mal von unten dagegen. Bist du, Depper! Au! Und ich sehe hier, hat der Schnee die Zeltplane auf das Holz gedrückt. Und da haben wir jetzt ein riesiges Loch drinnen. So, da kommt das Loch zum Vorschein. Jetzt beim Abräumen vom Schnee am Zelt haben wir gedacht, vermutlich wäre es vernünftiger, das Zelt abzubauen über den Winter. Also mitten im Winter, aber für die zweite Hälfte des Winters. Weil ich nicht immer gleich da sein kann, wann Schnee fällt und ich ihn wegputzen könnte. Und es wäre auch gut, das Zelt eigentlich öfters zu heizen. Man sieht hier schon, dass da schon ein bisschen Schimmel aufkommt beim Vorzelt. Von dem her, glaube ich, wäre es besser, das Zelt heute abzubauen und mitzunehmen. Ich meine, ich habe ja sogar auch die Pulka mit dabei, ungeplanterweise für diesen Zweck. Aber ich denke, für das Zelt ist es besser, weil das wird sonst eher noch beschädigt. Es wäre natürlich schöner, wenn ich öfters hier sein könnte, wenn ich regelmäßig einheizen kann. Dann wäre das ganz gut, aber so leidet einfach der Zellstoff drunter. Ich denke, das ist eine gute Lösung. Und so einmal die Sonne heute auch scheint. Ich war in der Früh schon am Sumpf unterwegs. Und da habe ich auch ein paar ganz spannende Aufnahmen hinbekommen. Morgen Turb ist unsere Welt fit, dass wir gleich shelters in Fests. Wir setzen uns zu vertreten. Wenn ihr Representen, geht hier weiter. Men je unterschied dadurch? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh wow! Ich glaube, ich habe die Vermutung, es könnte sich etwas schwierig gestalten, das Zelt abzubauen vor dem Frühjahr. Oh, Moment, vielleicht schaffe ich es. Moment. Oh, es geht. Hier. Das ist der Teppich, an dem das Crashpad hängt. Ja, vermutlich, weil ich das Fliegengitter offen gehabt habe, ist beim Schneesturm, der war, wo es so viel geschneit hat, Schnee rein, dann tagsüber durch die Sonneneinstauung wieder getaut und nachts festgefroren. Schön. Das ist jetzt auch da mit dem Crashpad verbunden. Ich kann mal einen Wandteppich bauen, also die Wand nur aus dem weißen Teppich. Ah, herrlich. Diese Sendung hätte geplant, ganz anders verlaufen sollen. Okay. Schauen wir mal, wie soll ich das alles transportieren? Vielleicht kann ich da mit der Schaufel ... Schau dir das an, herrlich. So, was machen wir mit dem Teppich? Ich stelle ihn dabei einfach hierher. Oh, ich habe übrigens auch, wo ist es, mein Rentier dabei, oder zumindest mein Rentierfell. Das ist immer ganz fein im Winter zum Draufsitzen. Es gibt nichts Wärmeres. Und jetzt werde ich erst mal schauen und überlegen, wie ich das alles zurückbekomme. Vor allem diesen stehenden Teppich. Da muss man unglaublich aufpassen, weil durch das Eis und den Schnee ist es unglaublich rutschig. Vielleicht können wir da ein bissel raustragen. Eieiei. Ach, die Handschuhe hier. Ach. 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 So schnell kann es gehen, dort liegt alles wieder. Ich muss irgendwie den ganzen Schnee runter bekommen. Das ist schwer. Was ich eigentlich heute machen wollte, kann ich jetzt noch schnell machen. Das ist ziemlich das Gegenteil vom Zeltabbau. Der Tee muss warten, aber ich habe mir gedacht, es wäre schön hier ein paar Vögel zu beobachten und zu füttern. Es gibt hier Vogelhäuschen, ich habe mir überlegt, baue ich mir selber irgendein Vogelhäuschen. Nachdem hier ein Zelt steht oder stand, ist ein Vogelhäuschen vielleicht nicht so passend, sondern eher ein Vogelzeltchen. Ist das nicht unglaublich? Von CanvasCamp von der Zeltfirma gibt es genau dieses Zelt in Miniatur. Mit allem dabei. Also mit Fliegengitter, mit Reißverschlussboden. Als Anschauungsbeispiel für Ausstellungsräume. Aber ich habe mir gedacht, das wäre doch das perfekte Vogelzelt. Also eine Futterstelle für Vögel. Allerdings es hier aufzustellen, ist eh gar nicht so ideal. Weil Vögel zu füttern beginnt man am besten schon im Spätherbst. Und auch bevor der Schnee kommt, damit sie sich an die Futterstelle gewöhnen können. Und bis die Vögel hier das Futter finden würden, würde es recht lange dauern. Und außerdem bin ich auch nicht immer hier, um zu filmen. Darum habe ich bei mir beim Haus, dort fütte ich schon die Vögel seit Herbst, würde ich das beim Haus aufstellen, auf der Veranda. Da kann ich innen die Kameras positionieren. Und dann mal schauen, wie viele Vögel wir da zu Gesicht bekommen. Aber ich finde es auf jeden Fall grandios, dass es sowas gibt. Es ist wirklich alles vorhanden. Die Knoten sind dieselben. Und wie den Vögeln dieses Zelt gefällt, gibt es dann beim nächsten Mal zu sehen. Vielen Dank fürs Dabeisein, ich wünsche euch selbst viel Zeit in der Natur. Und bis nächste Woche in Jojos Camp.